Ich heiße am höchsten Badbein, ich bin Wunderer und ich spiele Kuckucklied. Ich spiele Baba Yaga. Ja, genau. Eins, zwei, drei, vier. Hallo, ich bin Andrew Bayer, ich bin sieben Jahre alt und ich spiele Kuckucklied. Ich spiele Kuckucklied und ich spiele Kuckucklied und ich spiele Kuckucklied. Ja, eins, zwei, drei. Ja, eins, zwei, drei. Ja, eins, zwei, drei. Hallo, ich bin Jan Kalenze und wollte euch heute zwei klare Stücke vorstellen. Einmal ein Pferderlied und einmal ein ukranisches Volkslied. Ich fange an mit dem ukranischen Volkslied. Ja, eins, zwei, drei. 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 Mein Name ist Elena Johentges und ich spiele der Schwan von Camille Sanson und die Moldau von Friedrich Smetana. Amen. 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 Ich spiele jetzt die Moldau von Friedrich Smetana. Amen. 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 Hallo, ich bin Jonas Wilke und ich bin Tim Stergel und wir spielen Figaro von Mozart und Pukoviev, der ritte Tanz von Romeo und Julia. Amen. 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 Amen.